In diesem Video geht es um die besten Multikocher. Der Qualitätssieger in unserem Multikocher-Test geht an den Krups Cook4Me Plus. Ob Vorspeisen, Hauptgerichte oder Desserts, der intelligente und multifunktionale Kochassistent Cook4Me bereitet ihre täglichen Gerichte Schritt für Schritt für Sie zu. Zur Auswahl stehen das Rezeptmenü 150 vorinstallierte Schritt-für-Schritt-Rezepte, das Zutatenmenü Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, Reis und Getreide und der manuelle Modus wie Garen unter Druck für schnelle und frische Gerichte, schonendes Garen, Schmoren, Anbraten sowie Aufwärmen und Warmhalten. Mit der Funktion Garen unter Druck ermöglicht der Kochautomat eine besonders schnelle Zubereitung. Dank der sechs Schutzvorrichtungen, dem verzögerten Kochstart und der automatischen Warmhaltefunktion brauchen Sie sich keine Gedanken über die Sicherheit zu machen. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht die schonende Zubereitung köstlicher Gerichte und verschiedenster Zutaten. Mit seinem intuitiven farbigen LC-Display ist dieser Multikocher von Krups einfach zu bedienen und darüber hinaus problemlos zu reinigen. Der Kochassistent ist der einzige intelligente Multikocher von Krups, der mit 150 vorinstallierten Rezepten und vielen weiteren automatischen Kochprogrammen ausgestattet ist. Gleichzeitig werden Ihren individuellen Zubereitungswünschen keine Grenzen gesetzt. Der Multikocher ermöglicht es Ihnen, zahlreiche köstliche Gerichte mühelos und besonders schnell zuzubereiten, damit Ihnen mehr Zeit zum Genießen bleibt. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Rommelsbacher MD 1000. Kochen unter Dampfdruck aus der traditionellen Küche nicht wegzudenken. Der digitale Dampfdruck- und Multikocher macht diese Zubereitungsart fit für das neue Jahrtausend. Zeit, Energie und Platz sparen bis zu neun Küchengeräte kann dieses Multitalent ersetzen. Mit ihm lässt sich hervorragend kochen, dämpfen, braten, schmoren, cremiger Milchreis und Joghurt zubereiten und sogar Brot backen. Auch für moderne Garmethoden wie Suisse-Vide und Slow-Cooking ist er schnell einsatzbereit. Insgesamt stehen 14 Kochprogramme, mit und ohne Dampfdruck, zur Verfügung. Ob ohne, mit Normal- oder Softdampfdruck, die Elektronik steuert den Kochvorgang vollautomatisch und sicher. Alle Programme können individuell angepasst werden, auch manuelle Einstellungen sind möglich. Dies überzeugt in allen Bereichen durch nährstoffschonende Ergebnisse. Die Zubereitung spart bis zu 70% an Zeit und 50% an Energie gegenüber herkömmlichen Kochverfahren. Die Abschaltung erfolgt automatisch, der anschließende Warmhaltemodus hält das Gericht bis zu eine Stunde lang auf Temperatur. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Konstruktion sorgen für hohe Bedienkeit. Der herausnehmbare Kochtopf ist antihaft beschichtet und leicht zu reinigen. Dank der kompakten Bauweise kann das Gerät nach der Nutzung sehr platzsparend aufbewahrt werden. Ein universelles Küchengerät, das man bald nicht mehr missen möchte. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Multikocher-Test ist der Russell Hobbs 5. Idealer Küchenhelfer der Cookhome Multikocher überzeugt mit elf Kochprogrammen, mit denen sich leckere und gesunde Gerichte kochen lassen ohne dabei großen Aufwand zu Betreibende. Die elf voringestellten Programme sind Schongaren, Dampfgaren, Suppe, Eintopf, Fleisch, Fisch, Reis, Brot, Kuchen, Joghurt, Haferbrei inklusive zusätzlicher automatischer Warmhaltefunktion. Mit dem Anti-Kondensationsdeckel und digitalem Display mit programmierbarem Verzögerungstimer, der sich bis zu 24 Stunden im Voraus einstellen lässt, ist der Multikocher ein echter Alleskönner. Alle enthaltenen Teile, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, sind langlebig, pflegeleicht sowie BPA-frei. Die Oberfläche ist aus hochwertigem Edelstahl mit Kunststoffapplikationen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.